Also keine Sorge, es hat nicht das große Jucken eingesetzt, weil irgendwie die Flöhe ausgebrochen wären, aber ich habe mal wieder die Halsbänder ausgepackt, unter Aufsicht jetzt, weil sonst knabbern die sich die komplett kaputt und runter. Die Farben sind auch nicht mehr die Erkennungsfarben, nicht wundern, ich habe da jetzt einfach nur angezogen und sie finden es noch ein bisschen blöd, wie man sieht. Und ich sehe schon da hinten ist schon eins abgegangen, ja, das müssen wir gleich wieder einsammeln und wieder anbringen. Diese Klickverschlüsse sind bei diesen ganz leichten Welpenmarkierungshalsbändchen halt einfach, ja, nicht so wirklich stabil. Und wundert euch übrigens hier nicht, warum das hier so nass ist. Ihr könnt es euch beim Anblick des Wassernapfes, glaube ich, denken. Hier wurde Party gemacht, eine Beachparty. Und das in Corona-Zeiten. Nein, ähm, ja. Gott, wie habt ihr es denn überhaupt ausgezogen? Naja, es wird auf jeden Fall gleich wieder angezogen. Und das in Corona-Zeiten. Und das in Corona-Zeiten. Okay. 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 Vielen Dank. Hallo, Luke. Aha! Er hat mich denn jetzt in den Popo gebissen. Wie war's? Coupa? Boomer erträgt es mit Fassung, mit dem Halsband. Oh Gott, ihr habt hier eine Schweinerei gebracht? Hallo, Josi! Hallo! 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 Hallo!